Oh Gott, Püppi und Flöckchen lernen sich kennen. Guck mal, wie Püppi, wie Püppi die Flöckchen anmacht. Ja, das ist ne richtige Mama, sie ist doch wohl. Nicht die doofe Sibylla. Und Flöckchen macht gar nichts. Oh Gott, und das Kleine ist so begeistert. Endlich die richtige Mama. Oh Gott, ich bin... Oh, je, 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 je. Das ist, da passiert gar nichts mehr. Meine Flöckchen ist so brav. Püppi, bist du denn jetzt glücklich? Die kannst du gar nicht glauben. Oh Gott. Alles ist gut. Puh.